unser gehirn ist ein belohnungsdetektor ja ist auch deins ist ein belohnungsdetektor glaubst du wirklich dass wir irgendwas tun also glaubt ihr wirklich dass wir was tun was einfach so glaube nicht dass da eine begierde hinten dran ist belohnt zu werden allem was wir tun bei allem was wir so tagtäglich von uns geben an handlungen steckt immer hinten dran könnte es dafür eine belohnung geben wenn wir zum beispiel ein posting machen bei instagram steckte bildung dahinter gibt es dafür likes gibt es dafür anerkennung wenn wir ein posting kommentieren gibt es dafür menschen die sagen hey finde ich geil was da gemacht hat wenn wir abends eine halbe flasche wein trinken steht eine belohnung hinter vielleicht oder wenn wir abends eine große portion essen ins reich schaufeln steht eine belohnung dahinter wenn wir sonntags mittags essen gehen danach noch einen großen nachtisch rein knallen steht dahinter steht eine belohnung dahinter ja es ist tatsächlich so dass wir menschen sind belohnungsgeil bei allem was wir tun wir tun es nicht aus selbst nutzen selbst wenn man jemand anderes was gutes tun bekommen wir dafür eine belohnung anerkennung ist auch eine belohnung wenn wir gegessen haben was gibt es danach als belohnung dieses angenehme gute sättigende gefühl dass unser dopamin natürlich auch noch antriggert ist unser belohnungshormon wenn wir unserem partner unserer partnerin sechs haben sechs wollen also alles dafür tun dass was bekommen steckt eine belohnung dahinter natürlich klar die sexuelle befriedigung ist eine belohnung und so müssen wir uns immer überlegen was tun wir denn eigentlich den ganzen tag wir suchen ständig nach belohnungen und wenn wir jetzt zum beispiel in unserem business kein erfolg haben und dadurch keine belohnung reinkommen was machen wir wir suchen ersatz belohnungen ist das richtig sind wir dann gestresst was machen wir dann wir trinken ein glas wein zwei gläser wein uns zu entstressen als belohnung ist dieses gefühl danach ist alles gut ich komme mit der ganzen situation schon klar aber nur im alkoholisierten zustand wenn wir uns süßigkeiten reinballern weil wir gestresst sind weil irgendwas nicht funktioniert hat weil wir den ganzen tag unglaublich an feier waren und es gab leider für die projekte die wir gemacht haben was wir uns vorgenommen gab es keine belohnungen es gab keinen vertragsabschluss es gab kein kein check es gab keinen auftrag es gab gar nichts dann neigen wir dazu uns ersatz belohnungen zu suchen wisst ihr was diese ersatz belohnungen sie sind oftmals gar nicht so gesund wenn wir gestresst sind und wir sind gestresst weil gewisse dinge nicht funktioniert weil die kommunikation nicht funktioniert weil der auftrag nicht funktioniert hat weil die zeit des auftrages falsch eingeschätzt wurde das ist dann für uns nicht befriedigend es gibt keine belohnung in form von erfolg dafür also suchen wir eine ersatz belohnung und die ersatz belohnung ist bei ganz vielen menschen was ungesundes das glas wein die gläser wein der whisky die süßigkeiten die schokolade das unheimlich große essen genau aus diesem grund sollten wir uns gedanken machen wie schaffen wir es uns auch zu belohnen aber die belohnung anders zu vernetzen anders ankern denn die belohnungen die wir haben sind meistens mit ungesunden dingen verankert also es gibt zwar eine belohnung aber auf unser gesundheitskonto zahlt sie nicht ein so dann haben wir ein problem wenn wir das noch ein paar jahre machen sind wir rund wenn wir ein paar jahre machen haben wir 10 15 20 übergewicht wenn wir das ein paar jahre machen dann haben wir blutdruck probleme dann haben wir kniegelenks probleme dann haben alle möglichen sachen nur weil wir uns ständig belohnt haben über das falsche belohnungsmuster warum können wir uns nicht über gesundheitliche dinge belohnen warum gehen wir nicht her und sagen weißt du was wenn du heute zwei aufträge geschrieben hast dann darfst du heute abend joggen gehen darfst du heute abend für ein gesundheitskonto einbezahlen wenn wir ein tolles geschäft gemacht haben dann kaufen wir uns heute abend einen zum beispiel einen bio fisch einen recht teuren fisch ein gutes gemüse dazu und ja bei uns heute abend was gesundem wenn wir heute tolle mitarbeiter gespräche geführt haben erfolgreich waren oder tolle podcast tolle posting was auch immer gemacht haben wir gieren natürlich nach einer belohnung zusätzlich noch mal obendrauf weil wir haben schon eine belohnung bekommen die anerkennung warum belohnen wir uns dann nicht etwas gesunden indem wir zum beispiel massagetermin buchen indem wir uns im whirlpool eine stunde reinlegen chillen entspannen uns mit einer meditation belohnen die auf unsere gesundheitskonto einzahlt sollt ihr euch verraten warum das nicht funktioniert und zwar wenn wir uns direkt belohnen mit süßigkeit mit alkohol mit der zigarette mit sechs mit unglaublich vielem essen das uns unglaublich sättigend dafür sorgt dass wir denken dass wir überleben wir werden nicht sterben weil das ist ja das tiefste motor beim essen es zahlt direkt auf die belohnungsschiene ein und zwar jetzt im moment in unser jetzt aktuelles ich bekommen die belohnung direkt in die hosentasche wir spüren sie wir spüren wie die belohnungstasche größer wird und wenn wir aber uns gesund belohnen indem wir zum beispiel sport betreiben indem wir zum beispiel was gesundes essen ist das nicht sofort spürbar denn das gesunde essen und daraus resultierende sinkendes körpergewicht das wohlfühlen die bessere leistungsfähigkeit die schönere optik die schönere haut die schöneren haare das tolle gewicht die tolle ausstrahlung die findet erst später statt und zwar ein paar wochen später wenn wir jetzt regelmäßig machen das heißt die belohnung wird er nicht aktiv gerade jetzt spürbar auf unser konto einbezahlt sondern es wird auf ein konto eingezahlt was sie erst mal gutschrift erarbeiten müssen und diese gutschrift auf diesem belohnungskonto die kommt halt erst in 18 12 und 16 wochen wir fühlen sie nicht direkt sie ist noch zu weit weg genau aus diesem grund ist unser gehirn ein belohnungsdetektor der nach kurzfristigen und zwar wirklich kurzfristigen belohnung und zwar jetzt sofort wir haben keine geduld wir brauchen die bildung jetzt wir waren ja jetzt gut wir haben ja jetzt abgeliefert vor allem wir sind jetzt frustriert uns fehlt jetzt die belohnung nein es ist morgen morgen wir brauchen die sofort genau diese dinge die wir für unsere jetzigen belohnungen in der regel nutzen das sind all die dinge die nicht auf unser gesundheitskonto einzahlen die nur unser aktuelles ich ein sein wir spüren sofort und jetzt müssen wir was lernen aktiv dagegen vorzugehen denn auch das ist nichts anderes wäre eine intuitive automatisierte instinktive routinierte urgenzweise es nur routinierte wir denken nicht mehr drüber nach sondern es ist normal wir machen das immer so es war schon immer so wir machen das automatisch wir denken nicht mehr drüber nach wenn wir heute nicht belohnt wurden suchen wir heute abend eine belohnung und denken nicht drüber nach warum wir das tun wir tun es einfach und wenn wir einfach irgendwas tun ohne es zu hinterfragen wenn dahinter eine automatisierung steckt wenn dahinter keine entscheidung mehr getroffen werden müssen was machen wir dann wir tun es einfach ohne es zu hinterfragen wir werden es nicht hinterfragen wir machen es einfach und genau das ist die herausforderung da müssen wir einen trigger einbauen also jetzt habt ihr hast du die informationen wenn du jetzt abends heim gehst und du rennst wieder den wahnsinniger in der wohnung rumsuchst irgendwas wo du dich belohnen kannst machst du dir erstmal gedanken was ist das jetzt für eine art von belohnung ok zahlt sie auf mein gesundheitskonto ein oder hebe ich sogar von meinem gesundheitskonto ab schädige ich mir mit dieser vorgehensweise dauerhaft denn dauerhaft wenn wir solche sachen machen von unserem gesundheitskonto abheben indem wir dinge essen die nicht gesund sind indem wir uns nicht verhalten wenn wir gesund wären indem wir uns nicht bewegen indem wir nicht in die fitness in die gesundheit einbezahlen bluthochdruck übergewicht gelenksprobleme rückenprobleme blutwertprobleme also alles vorprogrammete sachen die in die falsche richtung laufen deswegen unterbrecht diesen automatismus wehrt euch dagegen hinterfragt euch bei dem was ihr macht denn ganz oft sind wir nichts anderes wie eine marionette die von unseren emotionen geführt wird emotionen schlecht drauf kein erfolg gehabt gefrustet stresshormone nicht wohlfühlen ok der belohnungslektor da ist der kuchen da ist der wein da ist das bier da ist der joint da ist die der porno was auch immer gibt es viele möglichkeiten jeder hat da sein eigenes ventil um sich kurzfristig zu belohnen um sich kurzfristig luft zu verschaffen um sich kurzfristig kurzfristig entspannt zu fühlen denn hinten dran steckt nichts anderes wie eine hormonsekretion wir sind wieder einmal der spielball der hormone schau mal an jedem finger hängt eine strippe an einem hängt melatonin schlafhormon dann hängt oxytocin kuschelhormon dann hängt hier serotonin wohlfühlhormon dopamin belohungshormon und hier hängt noch mal an anderen hand da hängt dann kortisol und adrenalin und adrenalin so und je nachdem welche emotionen wir haben ziehen wir an einer strippe jetzt sehen wir den ganzen tag an der strippe kortisol adrenalin was sind wir abends gestresst unglücklich unzufrieden gefrustet und jetzt versuchen wir die strippe des dopamins zu ziehen wenn wir schlau sind gehen wir laufen und danach wird nach dem laufen erstmal werden im laufen die hormonen abgebaut die stresshormone das heißt die dosierung kortisol und adrenalin geht runter das fluchten schutzhormon weil wir flüchten bewegen uns muskuläre arbeit leisten und danach geht natürlich der serotonin wert nach oben weil wir was getan haben wir fühlen uns wohl wir haben investiert in die gesundheit wir gehen abends ins fitnessstudio toben uns aus an der hantel am bocksack was auch immer unsere stresshormone gehen runter unsere belohnungshormone weil wir was für unsere gesundheit getan gehen nach oben wenn wir so intelligent sind und so agieren also ganz bewusst eine maßnahme ergreifen die dafür sorgt dass ein hormonisches gleichgewicht entsteht dann ziehen wir den kopf aus der schlinge und zwar ziehen wir den kopf aus der schlinge für langfristig angelegte krankheiten von bluthochdruck über alle möglichen zündlichen prozesse im körper über magendarmprobleme über herzprobleme über gelenksprobleme über entzündungsprozesse im körper wir kriegen das in griff wenn wir bewusst in die richtige richtung uns bewegen agieren die richtigen entscheidungen treffen das ist nicht so schwer denn wir müssen raus aus unserer automatisierten verhaltensweise aus unserer intuitiven mit intuitiv ich würde sagen auch die instinktiv ist auch der falsche ausdruck er eine maßnahme eine reaktion die uns kurzfristig befriedigt die aber nicht gesund ist das müssen wir uns überlegen immer dann wenn wir abends nach hause und wenn wir dann wenn wir so agieren wie ich jetzt gerade gesagt habe einmal bitte vor bewusstsein halten was tue ich jetzt gerade warum tue ich das jetzt gerade ist das wirklich gesund zahlt das jetzt gerade wieder auf mein gesundheitskonto ein oder hebe ich gerade wieder gewaltig von gesundheitskonto ab wie will ich in zukunft sein will ich ein glücklicher ein gesunder zufriedener leistungsfähiger mensch sein bis ins hohe alter oder lebe ich damit dass ich bluthochdruck habe 20 25 übergewicht die daraus resultierenden einschränkungen form von mobilität die daraus resultierenden einschränkungen in form von unwohlsein schmerz empfinden die damit in verbindung gebrachten krankheiten akzeptieren dann eben mit 50 55 60 gut hochdruck tabletten zu schlutschen cholesterinsenker zu nutzen vielleicht sogar das risiko einzugehen mal den denkzettel verpasst zu kriegen wie sieht es aus wie sieht es aus also was denkt ihr was denkst du ich denke da habt ihr wieder da hast du wieder echt einen cool tipp gekriegt einfach mal sich darüber gedanken machen da bin ich mir sicher wenn wir uns darüber bewusst gedanken machen finden wir auch eine lösung und werden dann wenn wir das was wir tun was in der zukunft passieren soll ernst nimmt wenn wir sagen ich identifiziere mich schon mit dem gesunden menschen der jetzt dann in der zukunft entsteht der ich sein möchte da bin ich mir sicher wenn das in unserem gehirn verankert ist dass der fokus ist dass wir auf unser gesundheitskonto einzahlen dann werden wir auch gucken dass die belohnungen die wir uns suchen dass die in der regel gesund sind dass die in der regel versorgen dass wir gesund alt werden leistungsfähig alt werden damit wir dann später mit unseren enkeln spielen können damit wir später auch mal unserer familie keine sorgen machen und selbst keine sorgen machen das ist alles eine frage des mindsets ist alles eine frage der glaubenssätze wir im kopf haben denn kurzfristige belohnungen die sind automatisiert die hinterfragen wenn ich die machen wir einfach wenn wir sie mal hinterfragen stellen wir fest shit die sind wirklich nur kurzfristig langfristig bestrafen die sachen mich jetzt sogar noch so ich denke jetzt habt ihr wieder eine schöne info bekommen das könnt ihr selber wieder herkennen auch mal selbst euch in die position des coaches begeben euch mal selbst beurteilen welchen tipp würde ich geben bei solchen verhalten ich bin mir sicher wenn du ein guter coach bist wenn du ein guter arzt bist und weißt du ganz genau was du brauchst jetzt kommt der punkt wo du sagst das ist super aber weißt du was da möchte ich mich gar nicht beschäftigen ist nicht mein part ich würde ihnen meinen bereich geld ich lasse das immer leute machen die sich damit auskennen ich arbeite immer mit spezialisten zusammen ich vergeude keine zeit sondern ich nutze das wissen von den leuten die in diesem gebiet ja fachkundig sind die in diesem gebiet gut sind diesem diesem gebiet mir die informationen liefern können die ich brauche ohne wenn du aber ohne zeit zu verschwenden netto dass ich direkt umsetzen kann umsetzen gehen kann dann hast du jetzt so die möglichkeit geh mal unten in die show notes und da findest du andreas-trienbacher.com da findest du auch dein wunschtermin da gibst du ganz einfach deinen wunschtermin ein und dann haben wir in kürze unser erstes strategie gespräch wir ganz genau erörtern gemeinsam wie gehst du am besten vor wie soll es sich langfristig verhalten wie sollen wir langfristig dein belohnungsverhalten verändern was können wir da ein und da gibt es ganz ganz viele technik ganz viele strategien und wir müssen die strategie für dich herausfinden nicht irgendeine pauschalstrategie sondern deine strategie wenn wir die gefunden haben dann hast du einen ganz großen vorteil du hast den vorteil dass du nie mehr darüber nachdenken musst du hast deine lösung schon du hast einen fahrplan wie geil ist das bitte kommst in fremdes land deine navi ist eingestellt alle positionen wo du hin willst als vorher eingestellt du setzt dich nur noch rein fahrst los keine fehler keine frustration kein stress gar nichts ist das nicht ein schönes gefühl finde ich schon aus diesen gründen du bist dran der ball liegt in deinem spielfeld du kommst jetzt ins handel oder eben nicht suchst dir raus ich würde mich freuen wenn ich von dir höre denn dann können wir gemeinsam ins handel kommen und du hast spaß am leben genauso wie ich bis dahin macht's gut die besten grüße und vor allem achte auf deinen gesundheitskunden dass du immer gut haben hast dein performance coach andreas trinbacher